Also wenn du ganz still stehst, und, ja hallo erstmal, ja hallo, ich wollte jetzt, guck mal, wenn du ganz still stehst und die Kamera auch ganz still hast, dann bewegt die sich mit. Das ist doch neu, oder? Nein. Nach einer Zeit ist das immer so. Nach einer gewissen Zeit, wenn du dir nichts gemacht hast. Echt? Aber jetzt ist das sofort. Nee, bei mir ist das nicht sofort. Okay, bei mir schon. Also, ja, das war ja eben ganz interessant, wie die Folge geendet hat. Wenn du ganz still stehst, folgende Ende. Alu hat einen Wolf dabei, ich grab ihn, ja. Nein, tschüss. Nein, okay, gut. Boah. Ich kann ihn jetzt gar nicht mehr drauflegen. Ja, ich kann ihn jetzt gar nicht verkaufen. Ja, weil ich ihn ja, ich könnte ihn jetzt auf mein Pferd legen, das wäre ansonsten. Voll ansonsten, ja. Oh, oh ja, gut. Lass deine Aggression an deinem Pferd aus. Ah, tschüss. Ja, öö, Arschloch. Mann, ich kann es nicht machen. Oh, ich habe ja einmal umgedreht. Ich würde erst mal meinen schlechten Wolf verkaufen hier. Jetzt habe ich gerade nicht darauf geachtet, ob das Video verkaufen. Ich habe ja auch noch was so, äl. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob das Video losgeht. Warte, ich will da noch kurz was verkaufen. Ich will da noch kurz was verkaufen. Okay, dann verkau... Okay, was ist da? Also klar. Ja, moin sie, ich habe hier ein... Frischfleisch. Alter. So, hey, hello again. Oh, hello again. Ach, da ist wieder meine... die übliche Portion, wie immer. Ja. So, wo ist denn hier jetzt? Wo ist denn hier jetzt mein... Ist ja nicht so geschickt. Okay. Moment, ich muss da gerade ein paar Zeugen loswerden, aber es werden irgendwie immer mehr. Je mehr Leute ich töte, hmm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum ist das der Fall? Ja, komisch. Ganz komisch. Ich bin gerade dabei, das Klingi hier zu suchen. Hey, get a Lawman here! Ich bin das Gesetz. Ach, wie habe ich das vermisst, einfach wieder ein bisschen hier die Stadt aufzumischen. Eigentlich tun mir die ganzen Städte schon immer leid. Ich habe eine Tarotkarte gefunden. 12 von 14. Das ist ja schön. In so chill. Hallo, guten Tag. Hier kommt irgendwie kein Law. Kein Law. Kein Gesetz. Oh, ich habe gerade... Oh Gott, wie scheiße. Ich habe gerade einfach daneben geschlagen. So richtig dumm. Oh, ich habe das Gefühl, das wurde auch überarbeitet irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher, wie, wie fern. I am the law and... Ach, du meine Güte. Zeuge, unbewaffneter Angriff. Boah, die haben das auch die Animation geändert. Das wüsste ich doch sonst. Also... Kannst du mir doch nicht erzählen, so. Hä? Was hat sie denn gemacht? Hä? Hä? Sie ist einfach rumgefallen. Okay. Hä, hier kommt echt kein Law. Was ist denn da los? Ich verstehe es nicht. Warum kommt hier kein Law? Ah, nee, da, vollkommen von der Seite Law. Von der Saide. Alles klar. Oh, warte, Moment, ich muss weg hier. Kutche, Kutche, Kutche. Excusen Sie mir, nein. Weg damit hier. Moment, steigen Sie auf, da kommt das Law. Steigen Sie auf! Das geht nicht. Ah, oh, oh, das war jetzt der Smooth. Oh, Entschuldigung. Kleiner und so. Kannst du bitte warten? Nein, 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 ist fertig. Warte. Oh mein Gott, du bist zwei Meter gefahren. Ah, warte. Oh mein Gott. Was passiert hier? Mein Pferd ist oben gefallen, okay. Warum hättest du da nicht gewartet? Voll unhöflich von dir. Oh, ich hab noch, da sitzen noch Leute. Nee, das warst du. Ach so, lol. Nein, ich sitze gerade in den Bieten dritten. Ich hab' ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich würde noch Leute rumkatschieren. Gut, mach es ja. Oh, jetzt vibriert. Oh, warte, Moment, einmal recht ranfahren. Die haben hier auch hier die Animationen überarbeitet. Ja, mit wo? Was? Die, die, eigentliche Sachen sehen anders aus als sonst. Zum Beispiel, wenn man vom Wagen absteigt. Sieht das irgendwie smoother aus. Und ich bild's mir ein. Was ist das hier, hier? Hallo, Guda. Hier ist voll Ärger. Oh, jetzt ist die Kutsche weggefahren. Ey, ich hab auch noch das an den Jungen geschossen. Oh, ist schon längst tot. Äh, äh. Wo ist denn hier das Bimmelzeug? Weiß ich nicht, da sind wir aber auch schon dran vorbei. Ja? Aber wo hat's denn gebimmelt? Ich weiß nicht, irgendwo da drüben. Ah, mein Pferd ist da. Entschuldigung. Aber ich muss hier drüben. Nein, genau. Ja, ich bin da schlecht geblieben worden. Ja, wo hat's denn hier jetzt gebimmelt? Erstmal gucken. Gell? Ja, muss hier gucken, wo's geklimptert hat. Ja. Gar nicht stressig, während man von der Gesetzesführer gejagt hat. Ach, stimmt. Entschuldigung, ist es... ...geglied. ...geglied gewesen und hat da nichts gemacht. Entschuldigung, ich muss... Äh, das ist unten drin, das hab ich schon, die Tarotkarte. Ja? Ja. Okay. Alter, hier ist gerade... ...pfff... ...joo. Äh, das ist... ...weiß nicht, aber da! In einem üblichen Platz. Hab ich da nicht geguckt, offensichtlich nicht. Aua, 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 aua. Ach, ich kann mal nicht rausgehen, Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist voll... UAAAHHH! Stell dich mal auf den Balkon hier vom Gasthaus. Oh, ich glaub, ich hab mir gerade alle Körperteile gebrochen, die es gibt. Ich glaub, ich bin tot. Oh. Kann ich dich nicht rausgehen? Oh. Uiuiuiui. Nein, wir sind nicht bei VÖs. Aber doch, man kann sich jetzt sicher auch wiederbeleben. Ja, ja, das stimmt, aber das ist ein bisschen, ähm, nicht, wenn man so einen Schuss mitten ins Face bekommt. So, liebes Gesetz. Liebes Gesetz, ähm, Gesetz des Jajah, falls ihr mich sucht, ne? Ich befinde mich im Kino, ich möchte nicht, dass ihr mich bei der Vorstellung stört. Dankeschön. Kein Problem. Warum? Voll, warum weint denn da jemand? Hä? Äh, oder weint... Oh. Ich hab auch, auch wen weinen gehört. Mein Pferd ist halt... Ist das der Schlachter? Wiederbeleben. Warte kurz, ich muss mein Pferd wiederbeleben. Ja. Oh. Wer weint denn da? Oha. Das ist ein Gesetzeshüter, der krepiert so richtig langsam. Warte, ich möchte zu ihm. Oha. Nee, jetzt ist er tot. Oha. Das ist neu. Es gibt einige Sachen, die überarbeitet worden sind. Voll geil. Aber, hey, das letzte Update ist ja schon ein bisschen her. Ja, ich weiß ja nicht, was... Also wahrscheinlich ist uns da nichts aufgefallen. Das ist ja... Hey, ich will hier was kaufen. Wenn sie mir nicht verkaufen, gibt's Ärger. Aber ich glaube, es dauert doch länger, bis jetzt Gesetzeshüter nachkommen, was auch logischer ist, oder? Weil... Keine Ahnung. Weil die haben sich ja früher reproduziert wie die Kanickel. Das ist wichtig. Hä, was labert der? Das ist ganz schön. Oh Gott. Ich will wieder Kutsche reiten. Ich will auch Kutsche fahren. Dann lass ich sie starten. Dann lass ich die die Schuhle Kutsche haben. Okay, okay dann. Ich muss das mal hier weg. Menschen nerven. Was passiert denn hier jetzt? Also ich hab's ja doch irgendwie angefangen. Ja, Entschuldigung, war meine Schuld. Moment. Könnten wir den ein oder anderen Gesetzeshüter vorne am Hals... Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Oh, meine Kutsche ist mega langsam, ich hab so einen Planwagen. Ey, jetzt bin ich wegen dir gesucht, jetzt muss ich ja nicht verarschen. Ja... Warum ist da eigentlich ne Markierung? Wohin? Hä, das ist doch die denn? Oh nein, hä, als ob meine Pferde jetzt einfach blockiert. Finde ich nicht nett. Äh, Lisa, ich hab ein Problem! Hast du die Pferde schon wieder tot gemacht? Nein, ich hab's gar nicht gemacht! Die sind einfach von alleine gestorben. Vielleicht weiß ich auch nicht was. Oh je, oh je bitte, oh je! Hupala! Huch! Da ist was passiert. Ähm, wenn jetzt ein Zug kommt, ne? Oh, das tut mir leid, da hab ich dein Pferd aufgenommen. Was passiert denn dann? Kann dir bitte mal ein Zug vorbeikommen? Ähm. Äh. Lisa! Ach, da bist du zu glücklich zu weit weg. Ich dachte schon. Ähm. Ähm. Aber ich glaube, ich sollte erstmal mal so einen Keks setzen. Achtung, ich bring ein paar Gesetzeshüter an. Geschleppt. Ähm. Kann bitte ein Zug kommen. Das ist mir so lustig. Oh. Ich hab da ne Kutsche auf den Gleisen geparkt. Da kommt ein Zug. Ja! Okay. Also nicht von welcher Seite. Auch nicht. Ich würde nicht nach oben gehen, weil da sind die Gesetzeshüter. Ich versteck mich mal kurz hier am Abhang. Ähm. Oh. Ja, ich komm wirklich hin zu. Äh. So. Ich futter hier mal was. Ach ne. Falsch. Ähm. Kommt da jetzt wirklich hin zu? Ähm. Dein Pferd. Okay. Dein Pferd ist... Ja. Oh ne. Jetzt kommen die Gesetzeshüter. Mach mir nicht meine Kutsche kaputt. Nee, aber ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Äh. Oh. Okay. Dann hört mich einfach ne Soro. Ja, die sind dann so. Oh. Hab ich nicht sofort gefunden. Dann gehen wir wieder nach Hause. Essen wir erst mal wieder unser Eintopf. Dann sind wir zufrieden. Ich brauche nen Zug. Ich putz mein Pferd. Er kommt da doch. Ich höre ihn. Ja. Was ist mit deinem Pferd los? Wie war's denn? Das Pferd läuft die ganze Zeit bei mir. Bei mir nicht. Jeder ist ganz gut. Oh. Ich höre Zug. Ich will einfach nur darauf warten, wie es denn das ne Show gibt. Und hier liegen so im Hintergrund zwei tote Pferde. Idyllisch. Er kommt von links, oder? Ja, da. Ja. Zug. Zug. Karambulage, Karambulage. Ich will da. Oh, da ist ein kleiner Fuchs der vorrennt. Oh nein. Okay. Ja. Oh, voll angeknitschelt. Aber hab ich mir total zum Spektakulärer vorgestellt. Oh, da freu ich mir auch aus. Ich bin aber ganz zufrieden mit dem Ergebnis. ja finde ich auch ganz schön ich springe jetzt rein rückgrat gebrochen ach dass hier ein ganz normaler kutschunfall das passiert jedem mal gerade i am the law and the laws jetzt habe ich einen ohrwurm von dem miserabel wieso ist eigentlich eine wegmarkierung jetzt hat das einen größeren sinn oder ist sie einfach nur aus spaß da oder was hat diese wegmarkierung auf sich oder war ein gesetzesloser warum läuft hier einfach so ein gesetzesloser rum das ist auch neu jetzt bin ich wieder gesucht lise oh mein gott ich wusste ja nicht dass es ein gesetzesüter ist okay oh mein mann da kommen sie an gerannt mann 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 moment alter was ist denn da wieder los alter alter von die asozialen hier ich schieße mein pferd an sie sind so unproduktiv die ganze zeit abband oder wird jetzt die klippe runterspringen nein das würde ich vorzugen wenn das nicht passieren würde ich möchte mich nur von den gesetzesütern verstecken okay gut ja huaah ich glaube das geht gar nicht los oh hä was hast du denn jetzt gesagt ich habe gar nichts gesehen weil wir so in so einen busch gesteckt haben ach da sind die gesetzesüter sehr nah übrigens ja weiß ich nicht ich werde ja nicht von gesetzesütern verfolgt ja ist auch jetzt ich habe 5 dollar kopfgeld aber das ist in ordnung ich wollte mein pferd bekommen ach guck mal die bauen hier äh hoch mein pferd rote beete mein pferd kriegt nur rote beete damit es damit es lila pferdeäpfel kackt oh ich sollte mein pferd auch mal wieder füttern heu oh ich habe gar nicht mehr so viel höher heu 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 jott na jott ich muss mir dann stahl gehen und heu kaufen für mein pferd weil es das ultimative dopingmittel ist aber hier sind doch auch manchmal so klinker klimplimdinger bei diesen türen ganz genau klimpa klimplimdinger also sammelgegenstände könnte ich auch sagen aber klima klimplimdinger die hier sprechen wird stark überbewertet ich geh jetzt ins verseuchte wasser ich bin stark ich werde da hier oben aber ne dann bin ich dreckig ich bin sowieso schon dreckig ach du sowieso ich thematisiere das nicht weiter aus jugendfrauen oh da ist das kletterding ja ich bin wo falsches Luft geklettert ich bin dumm ähhh ja